Hi und Willkommen zurück zu Battletech. Dann schauen wir mal wo es weitergeht. Und zwar DevinDicator stimmt dann aber repariert und mir wollte genau noch paar XP Punkte vergören. Wenn ich es richtig weiß, fangen wir mal an. Das gönnen wir uns dann. Also mehr ein Piloting. Ich könnte gucken, dass ich auf Guts gehen. Was gibt denn das? So, das ist das. Oder auf Gunnery. Nee, Piloting gehen wir eher auf Guts, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das nochmal passt überhaupt. Das ist natürlich sehr gut, dass du. Ähm, Tactics wohl eher, ne? Da haben wir zu wenig Punkte oder Gunnery. Na, ich geh mal hier hin. Noch 500, die sparen wir an. Oh, plus N. Gesundheit, das lohnt sich auf jeden Fall. Na, was sowas von. Das lohnt sich sowas von. So, unser, ähm, naja, der hat nur 400 Punkte. Ähm, die ich wollte mal auf Gunnery bringen. Frags, das wird sich halt anbieten. Bei dem. Na, da warten wir mal noch. Unser Medusa hat auch nur 400. Da können wir nichts machen. Du hast 1600. Du brauchst doch ziemlich viel. Taktik könnte ich dir. Geh, du hast ein Sensor-Log. Aber bei dir hätte ich grad... Ne, Gunner hast du schon. Ah, mit dir will ich dann aber eigentlich schießen. Hm. Ne, du geh mal auf Guts. Da hat er einen Punkt mehr. Und das dort passt, denke ich, ziemlich gut zu Gunnery. So, Silvona, du sparen wir. Du, pff ja, du bist noch ein bisschen krank. Befürchte ich. So, sieh hier. Defender. Piloting wird sich anbieten. Aber Gunnery, würde ich sagen, ist doch ganz gut. Ja, wir gehen mal auf Gunnery. Okay. Dann checken wir mal kurz unser Magbay. Wie es hier ausschaut. Was ist denn das eigentlich? Ach, das ist die Tonne. Okay. Was ist denn mit dir? Du bist kaputt. Mach dich mal ganz. Ja, würde ich doch mal sagen. 60 da. Dann müssen wir noch so lange warten, würde ich behaupte. Bis wir dann die nächste Mission machen können. Wie kann ich hier raus? Hier nicht. Achso, ich kann hier einfach hier drauf klicken. Gut. Ähm. Oder warte mal. Können wir. Store. Gibt es hier irgendwas wichtiges? Ich kann mal Teil vom Black checken. Ach. Auf die Preise. Ne, das ist immer mal lieber. Irgendwas schönes. LRM 20. Was ist denn das? Long Range Missiles. Das war ziemlich teuer. Ne. Ne. Ich glaube das gute Zeug kostet alles Geld. Wir halten uns mal zurück. Wir halten uns mal zurück. Dann. Was ist dann eigentlich hier los? Stimmt, das ist diese Story Mission. Wir sind schon in Belarofonen. Ich müsste aber warten bis ich, ähm. Bis man Max kann. Ansonsten. Haben wir ein Problem. Dum dum dum. Das müssen wir es halt mal runtertikel lassen. Weil sonst kann ich momentan nicht viel machen. So, unser Spyder ist wieder da. Ah, ne der andere. Es warten wir mal auf unser Spyder. so sehr schön okay dann contracts würde ich sagen machen wir dann doch oder wir sind direkt in dem system können dazu viel geld aber immer ein bisschen tumor das ist unser neuer kontakt anna maria zentrala ja bestimmt haben wir doch schon davon gehört um die königliche familie mitgliede von es ist ein traditionell kontakt kommt da sie will ganz besonders uns anforderer sie spricht uns an relativ simpel das ist gut die nehme ich gerne an need you to recover something for me and I need it done quietly das ist mit max super problem glaube ich okay jetzt gut an was soll man dann holen ist was ist das enormous grounded dropship dropship okay derelict vessel one of only two ever made pirate moon want her and you are going to bring her to me okay er denkt dass man das ding irgendwie zum fliehen ok cool die bringe die bringt die ingenieure mit dr farah murad you'll find a jump ship waiting for you at alloway okay wir müssen die beschütze das passt denke ich mal wozu top world enough and there'll be more work waiting for you upon your return oder kann man neue aufträge von der wie es scheint ja wenn wir wollen jetzt nur angewarisch sind ja sie hat uns meine reputation ist sehr bekannt okay okay jetzt muss ich erst ins command center ja das machen wir doch direkt exilus wow guck mal ich das mal an 1,2 millione ja das ist ein bisschen was anderes als die 182.000 hm okay das ist ein sehr versteckter planet ähm salvage 3 von 14 hm okay ja bezahlt sie uns sogar oh guck mal das ist schon wieder ein bisschen schwieriger naja nein das soll nichts zu tun ähm ähm okay was ist das jetzt auch der monat ist rum so wie es ausschaut hm nicht gleich viel geld zwei Uhr klar äh 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 expense level options okay da kann ich jetzt oh das geht auf die morale achso guck mal einer an ich würde sagen generos würde ich sagen mir hebel die morale bis hier oder wenn das könnte man es leichter mal die domission bestehen machen wir das oder oder hat das dann natürlich ausgaben wenn wir dann wieder runter gehen machen wir das gucken wir einfach mal was passiert und nun games saved also 17 days ach okay das müssen wir einfach nur anschalten oder ich hoffe es und sollte mal um an das wieder dieses jump ship wo was denn das jetzt banging noises destroyed with a shared mcroyer barracks we find behemoth ach das ist ja die was die ball die wände auseinander das ist ein paar kubikmeters auf dead space back here making room so we can stretch without hitting the bungs was da können wir nicht ok was passiert jetzt ich kann die zurecht weise wahrscheinlich es wird bedeuten dass ihr moral fallt nämlich nur stark an dann machen wir das da ja ok gut auch morgen grüß bei 1 ok passt nämlich ja interessanter ach hätte ich das ist groß dass das 17 da noch dauert hätte ich die max hätte ich nicht gewahrt ist die mix ganzen das hätte man die mixe noch ausrüsten können das müssen wir uns da morgen gucken ich glaube bei den ex missionen oder vor den ex missionen selber dem weg ausrüstung das lohnt jetzt eher an ihm die dumm die dumm hohen neun tage acht tage ist der dekker wieder dumm nicht schlecht müssen wir dann auch noch mal mitnehmen wir machen weiter es wird mich auch interessieren ja several hours later uncharted space oh um pirate point Und... Ja, oh, komm, ich laber nicht so viel. Ähm... Self-Styled Bandit Queen called Grim Sible. Okay. Little in the way of Ground-based Defenses, aha, Vehicles, Net IV-Max, das ist doch gut. Aber es kann schon ein bisschen genauer aufschüsseln. Okay, kleine, okay. Die war ein bisschen angeschlossen, das ist schon mal gut. Okay, und die Oberanführerin hat was Größeres, okay. Hm. Müssen wir wahrscheinlich schief angucken, dann fallen sie aus danach. Ähm... Noch irgendwas Wichtiges über die. Okay. Okay. Lady Death. Ähm... Die. 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 the report is just a rap sheet. So am Anfang is a repo oder was. Ne, so sind wir mal besser. The entire structure is surrounded by radar guided entire aircraft guns. Your first task will be to take down the radar towers. Ja, das macht Sinn. After secured the crash site, she will dock with the Argo and drop off the engineering team. Okay. Ja, das wäre der Plan. Okay. Da kommen wir, unser Windy Kader ist wieder fit. Das ist ein Medium. Ich könnte eigentlich, warte mal, der hat nix Firepower. The Advisions Ends Firepower. Ich würde sagen, warte mal, Medusa, warte mal so. So. Super. Die Glitch hockt in dem. Glitch hat Mully Fire. Das ist gut. Das holst du lieber. Ja, ne, du hast die drei Missile Hardpoints. Das ist okay. Efficient, sie ist relativ gut. Blackjack. Oh, der könnte. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen wahrscheinlich. Ähm. Wer kommt denn mit? Oh, der Medusa. Doch, der hätte ich Gerard. Der hat nämlich Sensor Lock. Der hat Sensor Lock. Ich glaube, das ist nämlich lieber nur mit. Ähm. Ich könnte ihnen nur. Genau. Du. Mach schon mal Pause. Und sie kommt nur mit. Ich glaube, das könnte man so handhaben. Oh. Windy Kader hat Underweight. Äh. Echt? Gehen wir mal zurück. Äh. Äh. What? Windy Kader? Du. Ja. 0,5 Tonne. Da habe ich jetzt wirklich keine Lust verdiene. Ähm. Also, kann ich da jetzt noch mal sagen? Ach. Ne. No. 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 Oh. Komm. Das hätte so auch keine besser machen. Einfach so. Button. Weiter geht's. So. Okay. Der Windy Kader. Warte mal. Wir wollen den wegmachen. Die Kader. Wenn du so. Das passt schon. Das Underweight. Der Scheiße. Mal drauf. Das ist nicht so wild. Denke ich. Blackjack. Shadowhawk. Windy Kader. Er kleiner zum Scouter. Ja. War's schon. Bis ich die 0,5 Tonne dorn. Das ist. Fährt bisher aarig. Viel. Gekroms. Das haben wir wirklich schon knapp 20 Minuten. Und dann haben wir den Einsatz gestartet. Puh. Okay. Destroy the Radar Towers. Proceed to the Argo Crash Site. Defend against Brimcibles Pirates. Okay. Also 2 oder 3 Phase. Je nur dem. Inwiefern das hier eine Phase ist. Das da ne. Aber hey. Es gibt gut Geld. Ein bisschen was von der von der Mission machen wir noch. Command Interface initiated. Oh. Das sieht immer cool aus. Limited to Turrets and Ground Vehicles for the time being at least. Oh. Die keine Sensor Lock machen. Die Dinger. Aim for the turret generators. Ja. Das wäre wohl besser. Oh. Guck mal da hinten ist. Das sieht cool aus. Okay. So. Move. Ähm. So. Warte mal. Das ist das Ende. Was ist das hier? Turret Generator. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Turret Generator. Hier. Ähm. Das ist eher hierher. Oder ist das eher hierher. Oder ist das eher hierher. Oh. Ich glaub ich sprinte. Das ist eher schon wo. Könnte ich denn hin. Sprint. Hier. Was ist denn das hier? Rough Terrain. Rough Terrain reduces the movement speed and causes the unit to take 150 stability damage from all the attacks. It is difficult to hit units within rough terrain and with melee attacks. Und so wollen wir nicht denn. So. Hier kriegen wir ein ganzer Haufe. Ähm. Dings. Dingskirchens. Evasion. Oder ich könnte natürlich. Jump. Habe ich hier gar nicht drin. Könnte man hier hin. Da hier. Hm. Immer wo. Immer wo hier. Ja. Würde ich. Hm. Ne komm. Ähm. Bringts net. Wir gehen. Wir gehen mal nur zu weit. Wo was passiert. Das ist so süß. Oh. Enemy contact. Enemy detected. So. Merna war richtig viel Evasion aufgebaut. So. Oh. Guck mal. Hier. Hier. Hier sind Turrets. Okay. Das ist interessant. Ähm. Glitch könnte. Warte mal. Ich müsste mit jedem am besten sprinten. Das ist interessant. Und dann besteht hier. So können wir noch mit Evasion. Aha. Und das soll ich zwei Stück. Hier rum bringen. Waren wir hier. Jet. Waren wir die Kater. Wir hatten das gute Heat Management. Äh. Nö. In. 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 bereich. frankly. Im. In. Was. In. In. Nach Interior. In. That. In. 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 Interference. In. In. Warte, warte mal, könntest du, na komm, geh mal, du an die Kugel. Okay, was kann ich jetzt machen? Ich kann doch nix machen. Okay, hier bin ich in Sichtweite, das will ich nicht unbedingt, aber hier, was ist das Gestrichelte? Heißt das Gestrichelte? Das probieren wir mal, ich stelle mich einfach mal hier hin. Wir gucken mal, was passiert. Was die, die Trulle haben? Okay, warte mal, wir machen mir hier mal Preiss anbischt. Also mit mir können wir nicht schießen. Guck mal, was mit ihr ist. Kann ich hier schon... Oh, guck mal Anna an. Da kann ich schon was machen. Auf die Reichweite. Und zwar... 85% mit der Nutzwo. Wieso eigentlich nicht, oder? Wieso eigentlich nicht? Ach genau, die hat glaube ich das gute Hit zum Management. Das machen wir einfach mal. Das ist ja fies. Ähm, mit dieser... Ja, komm du mal her. Ich könnte ja eventuell... Ja, bei meinem Krieg ist das Doe Ener, der scheiß Hitze Management hat. Ähm... Ich glaube ich geh in Ammo hier hin. Du hast... Was sind das nochmal? Autokannon, okay. Ne, dann will ich eigentlich... Du bist in dem... PPC... Was ist das nochmal? Partikelkanone... Range very long. Das ist gut. LRM5 hat er auch dabei. Ja. Oh, guck mal, guck mal. Kann ich hier schon? Oh cool. Sehr schön. Komm, du könntest noch ruhig ein bisschen... Evasion aufbauen. Komm ich hier hoch? Das sieh'n nicht an. Probier'n wir einfach mal. Wie geht'n der hin? So... Mal Glück an, können wir... Oh... Ach, okay. Hat fast nix gemacht. Gut, dann würde ich jetzt... Sagen wir kommen immer noch nicht. Puh... Okay, da müssen wir wohl... Knallhart rinnen auf deine... Ja, 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 ja. Die können uns doch schon sehen. Uhhh... Ganze Evasion Rake. Damage minimal. Das ist ungut. Ähm... Verzahn... Ich geh' mal... Geh' mal ein bisschen zurück. Ich hab' gedacht, die sie mich nicht. So... Praise. Jetzt dürfte aber... Dürfte aber alles gut sein. So, Glitch. Du musst ran. So... Was haben wir dann hier? Sichtbar. Wir haben so hinten den Turret Generator. Ich würde sagen... Wir gehen... Wir gehen mal hier hin. Da ist immer nur ein Pick von 2. Vielleicht kriegen wir einer kaputt. Ähm... So... Wie schaut's denn mit... Oh, guck mal, was hier kommt. A85... Okay, ich würde sagen... Wir machen hier mal die... Target. Und zwar... A und B. Ja, guck mal... Das Sitzmanagement ist gut. Ich würde sagen... Enter ist dort damit erledigt. Sehr schön. Sehr schön. Äh... Was? Oh... Achso. Jetzt komm ich hier. So, warte mal... Ich muss mich mal ein bisschen näher bringen. Dann komm mal hierher. Und... Ja, komm. Hm... Nicht so ganz toll, aber... Wir nehmen es. So, was ist mit dir? So, kommt der Motor her. Joa... Mach einfach mal. Ah... Hätte ein bisschen näher ran gemüsst. Für unsere zwei große stehende Hühne. Hm... Bei denen... Da müssen wir irgendwie ein bisschen näher ran, glaube ich. Okay... Ähm... Ich glaube, die kommen noch. So... Wir machen es erst noch das Anna Turret kaputt, wenn man denn dürfe. Da kommt noch was angeflogen. Okay... Na, sie evasen können wir mit der Aufbau. So... Hm... Am liebsten würde ich hier... ein bisschen wegbleibe. Die sollen nicht... Evasive entrenched. Joa... Was ist das nochmal? Nein. So... Ach Gott... Ich kenne immer noch Schiese. Schweinerei. So... Dann müssen wir erstmal... Okay... Wo... Wann kommen wir an... Das komische... Warte mal... Kann ich nicht zuerst mit ihm hier? Er scheint mal ein bisschen Weg zu blockieren. Dann komm... Kommen wir hierher. So... Ähm... Multi-Target hast du leider nicht. Skorpion... Light Laser... Ne... Das war... Was war das? Radar Station... Okay... Die brauchen wir noch nicht. Ich würde sagen... Wir machen sie erstmal auf Denedor. So... Sehr schön... Ja... Ha... Die... Können es nicht los auf mich zu schießen... Das finde ich eine Schweinerei... Ehrlich gesagt... Ähm... So... Kommt um ein bisschen näher... Und dann können wir bestimmt ein Multi-Targeting machen... Okay... Ähm... Wie schaut es denn so aus mit... So... So... Auf jeden Fall... Ähm... Warte mal... Wir müssen sie... Wir haben ja mal ein Multi-Targeting... Wie fall... Du... Ich gucke, dass ich dann möchte... Ja... Einfach nur auf 2... Okay... Ähm... B... 80%... B... 60... S... Ähm... Ne... 85... 70... 75... Machen wir es so, oder? Ja... Das finde ich gut... Sehr schön... Oh... Nice... Einfach schöner Schuss... Okay... Jetzt kommt noch unser Medusa... So... Der kommt auch mal mit... Durch den Krater hier... Und... Ähm... Ja... Würde ich sagen... Auf jeden Fall auf denne... Ja... Nicht ganz schön... Aber... Aber okay... Aber okay... Aber okay... Aber okay... Gut... Dann würde ich fast sagen... Wir könnten eventuell... Mal gucken... Dass wir jetzt einen kleiner Cut machen... Guck mal... Der ist böse... Wir müssen mal direkt... Kill den... Oh... Oh... Da kommt schon... Noch jemand... Okay... Da müssen wir jetzt was tun... Definitiv... Das ist nicht schön... Und zwar... Ähm... Was wir jetzt tun... Wir machen hier ein kleiner Cut... Beim nächsten Mal... Geht's weiter... Bis dahin dann... Bye Bye... Bis dahin... Ich bin mal... Bis dahin... Guck mal...